Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Minecraft Hardcore Season 1 mit mir, dem... Ey, was? Greift der mich an? Wow! Was? Der hat mich einfach angegriffen. Was? Alter! Alter! Warte, lauf! Was ist hier los? Der Blaze hat eben einen getroffen. Alter Sven, geh doch mal da weg am besten. Nein, warte, ich krieg das hin. Die sind ja auf mich fixiert. Alter! What the fuck? Pass auf, der hat ein verzaubertes Schwert, ne? Der kann nix. Lol, kann der einfach auf mich zu? Was ist das denn, wenn der Blaze die trifft? Alter, da hab ich mich kurz erschrocken. Der hat mir dreieinhalb her Schaden gemacht, Sven. Ja, das hätt's jetzt gewesen sein können. Das hätt's echt gewesen sein können. Gut, dass ich... Alter, ich hab grad auf die Aufnahmetaste gedrückt. Wollt dann die Musik anmachen und dann auf einmal zack. Boah, ey. Ja, weil... Ich hab gemerkt, du bist ja nicht... Du warst ja nicht direkt ingame, deswegen... Ingame war ich schon. Ich hab nur auf die Aufnahmetaste... Ich hab ja so'n Hotkey, wo ich die Musik anmache. Aber... Lol, Sven. Sven. Ja, ja, der macht keinen Charge. Oh Gott, so viele Blaze es ist. Oh, fuck, Alter. Wizard Skelett, oh Gott. Da hinten, ne? Ja, ich seh's. Oh, lol, da hinten auch noch eins von mir. Okay, das ist Hardcore, hier ist Sven, also. Ja, wenn der uns withert, ist vorbei. Ja. Scheiß mit Milch mitnehmen müssen. Fuck, Alter. Aber wir haben keine Kühe. Ja, stimmt, ich hab's ja alle umgebracht. Stirb, du Hure. Boah, ihr fliegt doch nicht immer so. Scheiße. Mann. Ich weiß nicht. Ein Pikmin kommt in eine Richtung. Ist das aggressiv? Nein. Oder? Doch. Doch. Ne, zweieinhalb Herzen. Ich muss mich korrigieren. Trotzdem, das ist auch so. Da kommt noch mehr. Da kommt noch eins. Ja. Kann man da unten rumgammeln, wenn der will. Ist das eine Blaze? Ach, das ist eine Blaze gerade gespawnt. Ja, ich hab eine Lohnroute. Das war's eigentlich schon. Mehr brauchen wir doch gar nicht. Doch, klar. Ende Augen. Stimmt, ja. Hä, was? Wo schießt der? Au, 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 alter, alter. Vier Herzen, vier Herzen, vier Herzen. Zombie Pigments. Komm, weg da, weg da. Boah, Mann. Was sind die Viecher denn aggressiv? Hat doch gerade einer gedroppt, oder nicht? Hallo, und die Klonung. Da kommt noch mehr. Oh, mein Gott. Egal, die sind ja auf mich fixiert. Von daher ist das scheißegal gerade. Ne, ne, das meine ich nicht. Da stehen zwei... Ich brenne. Ich brenne. Ah. Alter, ich sterbe. Ich sterbe! Ah, halt. Ein Herz, ein Herz, ein Herz, ein Herz. Ein Herz, Sven. Ich baue dich ein, baue dich ein, baue dich ein. Ich kann nicht, ich kann nicht. Ich hab gerade keinen Koppelsong. Sven, du stehst im Ding. So, alles klar. Alter. Scheiße. Alter. Lass mich mal rein. Halbes Herz, Sven. Warte, ich muss hier Platz machen. Ne, ne, ich bin drin, ich bin drin, ich bin drin. Oh, mein Herz, da kam einfach einer von hinten. Mann, mein Herz, ey, das kannst du ja noch nicht machen. Fuck. Alter, so viel Spannung hab ich nicht erwartet. Warte, geh mal zurück, geh mal zurück. Der Cauldron, der steht da noch. Egal, voll die Farmingmaschine jetzt. Pass auf, geh weg, ich will dich nicht schlagen. Voll die Farmingmaschine. Boah, verdammte Scheiße. Ja, das Problem ist, für dich ist die Hölle jetzt nichts mehr. Ich kann ja noch rein. Ne, eben nicht. Die werden dich alle angreifen. Immer jetzt. Ich dachte, das geht irgendwann weg. Na, ich glaub, das ist wegen Hardcore. Und bei unserem Nether-Portal sind richtig viele. Holy moly. Okay, okay. Ähm, wir müssen planen. Wir brauchen auf jeden Fall Lodenrouten. Warte, wie sieht's mit deiner Gesundheit aus? Ich bin wieder auf voller Gesundheit. Okay, pass auf, mach den Block weg und ich renn raus, ja? Wo, Alter. Alter! Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist denn sogar kleiner noch? Loil. Hintet ihr mich an? Alter, mein Cauldron. Nein! Ich bin gewivert! Nein. Okay. Komm rein, komm rein! Die kommt zu dir. Ich bin gewivert. Ich bin gewivert. Ich kann nicht. Okay, das ist das Ende. Nein, du stürmst nicht. Du stürmst nicht! Die blockiert trotzdem den Eingang. Ich brenne! Nein! Ich brenne doch! Komm rein! Ich sterbe. Ich sterbe. Kann ich doch nicht! Ein Herz. Halbes Herz. Halbes Herz. Mach zu. Jetzt! Ich, ich, ich brenne nicht mehr! Ich aber... Du... Halbes Herz. Alter! Wir kommen hier nicht raus! Ey! Du, was ich hab! Was denn? Was hast du denn? No! Ja, gut. Wir nehmen... Wir... Rein theoretisch, wenn wir noch zwei töten, dann... Oh mein Gott! Das ist... Alter. Die stehen hier wieder alle Male. Wir brauchen... Wir brauchen... Ich weiß was, Sven! Hier geht's raus für uns! Hinter uns hier ist... Ausgang! Wir könnten uns hier durchgraben. Wir brauchen aber noch... Warte mal! Wir brauchen auf jeden Fall... Blaze Rods! Okay. War Lava! Lava! Der Eingang ist nicht mehr... Mach zu! Mach zu! Oh Gott! Äh, Erik? Ja? Äh... Ich kann das Wasser nicht mehr nehmen. Hm? Nein! Okay, nein! Okay, nein, nein, nein! Tu es nicht da rein! Tu es nicht da rein! Du kriegst es nicht mehr wieder! Ich glaube, ich hab es davor sogar noch mal reingepackt, als Wasser drin war. Na egal. Gut, ich versuche uns einen anderen Ausweg zu holen. Warte, ich mach mal auf. Dann boxe ich die weg. Hier ist gut. Hier ist gut. Hier ist nix. Pass auf da! Nein! Da sind noch viele mehr. Direkt hinter der Wand stehen ganz viele! Ja, ja. Ich weiß. Ich hab hier nur mal aufgemacht jetzt erst mal. Hier können wir schon mal raus. Na, ich kill das jetzt. Hallo! Sven, lauf jetzt nicht vor mir. Sven, was tust du denn da? Aua! Mann, die geben aber auch nicht nach. Ey, da kommen immer mehr. Ich spawn hier auch immer mehr. Mann, Alter, wir kommen hier doch nicht mehr raus. Von der anderen Seite schon, wenn wir uns beeilen. Wir müssen nur rennen. Nein, wir brauchen aber. Wir brauchen das. Stimmt, wir brauchen das. Ich hab ein verzauberes Goldschwert. Ein Sharpness. Nein, bau dich ein. Komm, die sind auf dich aggro. Ist das nicht sogar ein Vorteil? Nein. Rein theoretisch. Du kannst mir in keiner Situation helfen. So, auf hinten Blaze. Ja, ich sehe sie. Pass auf, wenn wir, wenn wir 10 Routen haben. 10? Warte, warte, warte. Ein für den Rauschland, 9, 2, 1, 8. Ein Skelett eigentlich. Wir brauchen richtig viele, Eric. Hier war gerade noch ein Whiver irgendwo, ne? Ja, da hinten. Links, links, links. Ja, hier ist er. Hier ist er. Pass auf. Der ist auf dich, aggro. Pass auf, hier können wir die Farben. Hier können wir die Farben. Perfekt, ja. Wir machen den hinteren Eingang zu. So, dass keiner in die Quere kommt. So, perfekt. So, habt. Pass auf, Eric, Eric, Eric. Stell schon mal den Cauldron mit dem Wasser da rein. Im Notfall. Stell ihn hier hin. Ja, hab ich. Hab ich, hab ich. Und wir gehen da auch nur rein, wenn wir wirklich kurz zu Ende spielen, ja? Ja, gut. Pass auf, dann machen wir hier nochmal so eine Abriegelung. Ah, fuck. Warte. Leute, was für spannende Sachen hier abgehen. Holy fuck. Pass auf, dann gehen wir hier rein, damit wir da rein können, ja? Perfekt, ja. Hätte ich nicht erwartet. Und das auch nur im oberstersten Moment. Und das war, ey, wir waren echt krass. Sven, wir waren, also ich war irgendwie fünfmal oder so kurz vorm Tod. Fünfmal. Fünfmal. Alter, ich hatte ein halbes Herz jedes Mal. Und, wie viel hast du schon? Äh, ich bin... Ich hab vier. Vier, alles klar, ich hab keinen noch. Mein Herz, Alter. Ja, mein Sau. LOL, mein verzaubertes Goldschwert, das macht mir Damage. Das macht mir Damage? Echt? Ja, mit Scharpens 1 macht das mir Damage. Hier sind doch irgendwo welche. Ja. Oh, pass auf. Pass auf. Nicht, dass wir uns schlagen. Ja, deswegen, ja. Stirb, Wichser. Pass auf. Wir werden... Wie viel hast du? Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. Doch, guck mal, hä? Pass auf, wir müssen rechnen, damit uns... Eins müssen wir abziehen für den Braustand. Ja. So. Da müssen wir noch rechnen, dass uns Ender-Augen verloren gehen. 20 Stück. Sagen wir 25. Ne, sage 26, ne? Aua. Juh, ich habe eine. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich habe 6. Blaytraw. Fuck, Alter. Die Situation ist echt nicht gut. Ne. Und ich höre auch schon die Zombie-Pigments. Das wird ein richtig krasses Gemetzel, wenn wir hier raus wollen. Weißt du, wie der direkt frisst, wenn der spawnt? Echt mal, Alter. Spawn-Campen, ey. Ich bin in manchen Kreisen nicht gern gesehen. Fuck, Alter. Wenn ich ehrlich bin, wie viel Essen hast du bei? Ziemlich viel. Zwei Schweinefleisch noch und 23 Rind. Ah, okay. 23, ja, okay. Ist gut. Weil ich habe insgesamt nur noch 6. Okay. 6 Fleisch. Weil das würde bei mir dann scheitern, wenn es jetzt wirklich in ein Battle kommt, wo wir dann wirklich kämpfen müssen, dann... Level 19, meine Damen und Herren. Wie viel hast du? Eine. Ja, schmeiß mit dir lieber mal. Falls ich sterbe, ne? Sagen wir es mal so. Ja, weil bei dir ist das, dass gerade... Die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch. Die schaurige Wahrheit, bei dir ist es gerade am wahrscheinlichsten, dass du stirbst. Ja. Das ist einfach quasi die Wahrheit. Ach joo. Komm mal da. Teamwork, ich schlag ihn zu dir und du machst ihn fertig. Ich will nicht alleine aufnehmen. Erik, bitte stirb heute nicht. Nein, das wird nicht passieren. Sven, ich meine, ich habe schon mit... fünfmal mit einem halben Herz überlebt. Es einfach... Unsere Bro-Schaft ist viel zu groß. Zu knapp. Unsere Bruder schafft es einfach zu groß. Dass was passieren könnte. Boah, ich habe Angst, dass ich dir eine mitgebe, ne? Ach Gott. Wir dürften jetzt zehn Stück haben insgesamt. Ja, ich habe... Einen Moment, ich habe gerade... Kurz... Nein, Neustadt in vier Stunden. Die will kannst du nicht irgendeinen Neustadt machen. Bestimmt ist das so update, so voll wichtig, Alter. So schnelles Internet und so. Das verbessert mein Internet und tut einfach mal so richtig krass. Ich habe nichts. Boah, ich überlege immer noch, wie wir jetzt wirklich rauskommen, vernünftig. Wir gehen zu unserem, da wo wir uns eingebaut haben, ja? Ne, ich... Das meine ich jetzt gar nicht. Ich meine... Ich weiß nicht, ob die Pigments sind, die hier im Schank sind, die aggressiv sind. Was machen wir, wenn wirklich alle aggressiv sind? Du kommst hier nicht mehr raus. Ja, da muss... Die sind ja alle auf mich aggressiv. Da musst du mir den Weg freiboxen. Ja, die Sache ist, mein Schwert wird kaputt gehen. Dann gebe ich einfach meins. Ja, das wird auch irgendwann kaputt sein. Meins ist noch voll, also... Ja, meins ist auch noch voll, aber bis dahin... werden die total gelitten haben. Dann nimm deine Iron Pickaxe, die macht ja auch... Damage. Das stimmt, meine Diamond Pickaxe macht 5 Schaden. Das ist quasi wie ein Dingens. Steinschwert. Steinschwert. Von daher. Oh Gott, Alter. So, ich will mal kurz gucken. Oh Gott, hier... Alter, hier ist sogar eine Blaze, die sich hier vorgesammelt hat. Die schießen auf die ganze Zeit wie die Wilden, ey, das fang voll ab. Die Tulken, glaube ich, die Pigmans, kann das sein? Nein. Also, ich höre ganz, wie die Pigmans sterben. Das war auch der Grund, warum die aggressiv auf dich waren. Ein Blaze hat angegriffen, hat an mir vorbeigeschossen und einen Pigman getroffen. Dann ist er auf dich los. Oh, da hättest du dich nicht treffen lassen können. Ich hätte den Schuss abfangen sollen. Ja, so eine Kugel für mich fangen. Wie bei der Winklade, was auf hinter dir? Boah, die droppen aber auch nichts hier gerade. Jedenfalls kriege ich nichts. Wir haben vier Rods und wir können gehen. Wie viel hast du denn schon? Elf. Elf? Na, ich habe eine. Ich habe noch eine. Sehr nice, sehr nice. Wie viele wollen wir jetzt sammeln? 15 oder was? Sagen wir 16. Komm, sagen wir 20. Ja, komm, das ist einfach, es ist auf Nummer sicher gehen. Besser als gar nichts. Wenn ich ehrlich bin, würde ich sagen, bei 16 Schluss, wenn wir wirklich nochmal gehen müssen, sind wir auf jeden Fall besser ausgerüstet. Weil wenn das so wirklich so weitergeht mit den Pigmans, dann haben wir echt das Problem, hier rauszukommen. Das stimmt. Hast du das gerade gesehen? Ja, ja, die bangen hier manchmal durch. Die treffen sich zwar nicht, aber die bangen so ein bisschen. Dass der wegen dem Server ist. Wow. Ah, lol. Ist die da runtergefallen? Das stimmt. Das Quarz kann ich auch mal wegwerfen. Das brauche ich auch nicht. Obwohl, war das gerade so schlau, das wegzuwerfen. Quarz, hinter dir, hinter dir. Ey, hier liegt ja noch eine. So, jetzt. Wie viele hast du? Eine, da lag eine noch ganz dazu rum. Ja, wir haben 16 Stück, lass abhauen. Okay, aber das machen wir in der nächsten Folge. Gerade ist genau die Folge vorbei. Das ist perfekt sogar, das Timing. Den lassen wir stehen, ne? Den, äh, den sonst. Ja. Und ja. Komm mal lieber hier. Komm mal nach hier. Komm mal nach hier. Schnell. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und mal sehen, ob wir das in der nächsten Folge rauskommen und ob ich oder Sven überlebe. Das wird ein schwerer... Hörst du, wie die sterben, Sven, die Mann? Die schießen aufeinander. Ja, die sind jetzt aggressiv. Die schießen doch ganze Zeit. Guck mal. Hörst du das nicht? Ja, egal. Das war's dann mit dieser Folge. Haut rein. Bis zur nächsten Folge, die wird nämlich richtig spannend. Ciao. Tschüss.